WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Tokio! Nein! Tokio! Wollen wir den Weg zu Tokio? Das? Geh! Wieso müssen wir doch ein Bild von Dunkel haben? Nee! Ja, ne Idee! Der Manga und Anime, die deutsche Cosplay-Meisterschaft, die zentrale Rolle. Das Gesprächsthema Nummer 1 in den Straßen von Akihabara heißt DCM. Hallo Japan! Wiese Bestimmung bei Ihnen! Riesig! Hier ist der Akihabara, hier steht der Thunderbär. Ganz Akihabara ist im DCM-Bieber und hat sich für die Live-Übertragung in dem zahlreißen Lady Café verdammelt. Nein! Wir haben uns einmal umgehört und einige Stimmen zum Finale in Frankfurt eingeholt. Ach so! Tokio! Tokio! Was ist denn so? Ich bin in Deutschland der größten Manga-Darren in der Internet. Oh! Ich bin in der in der Internet. Oh! 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 Aber wie sieht man denn eigentlich hierzulande die Cosplay-Szene? Wir haben gefragt, was verbinden die mit Cosplay-Szene? Die Akihabara? Ja! Und das sind sehr gut! Ähm! Ein abhofter Generation-Szene? Äh! 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 Ich bin hierher Er ist ein bisschen wie ganz schlecht! Ja, ja! Ich bin hierher! Lass mich! Hören Sie nun einen Kommentar zur deutschen Cosplay-Mardeschaft. Gesungen auf die spanischen Buchansänger Tu Tagalog. Da kommt gerade noch eine Einmeldung rein. Die Organisationsleitung der DCM hat soeben bekannt gegeben, dass es im nächsten Jahr keine alte DCM geben wird. Stattdessen wird es eine Duo-DCM-7-Ausruf bei der Gruppe. Ich habe jetzt eine Antwort auf das Mikrofon. Da gibt es jetzt was Neues. Keine Einstelle, aber dafür einmal im Doppeltag, also zwei. Da haben wir ja jetzt mal wieder einen Lager haben, der organisierte Doppeltag hier. Und das ist jetzt mal, was das soll. Ja, wir haben jetzt drei Jahre die Einzelkostelmeisterschaft gemacht. Ich muss sagen, wir haben sie auch wirklich erfolgreich gemacht. Und der nächste logische Schritt für mich war jetzt einfach, im nächsten Jahr mal eine Paarmeisterschaft anzukriegen. und im nächsten Jahr eine Rauch, dann machen wir wieder eine Eins. Also es wird immer im Jahresweg für jeden eine Einzel- und eine Paarmeisterschaft. Oh je je. Also, okay, ich habe ja auch noch ein Problem. Da gibt es ein Problem, das man so vielleicht übersieht, dieses Jahr ist das Einzelkostel, ist es doppelt. Wie sollen denn die Teilnehmer darauf reagieren? Nehmen wir zum Beispiel Teilnehmer von früher, die Karin Hirsch und Laura Birnbaum, die Gewinnerinnen, Siegerinnen der letzten beiden Male. Also, was denkst du denn, was sie zu sowas sagen würden? Och, was sie denn so sagen würden? Ich glaube, das... Ich glaube, das war eine Paarmeisterschaft anzukriegen. Ich glaube, das war eine Paarmeisterschaft anzukriegen. Ich glaube, das war eine Paarmeisterschaft anzukriegen. Dein Leben ist ein Traum, aber wenn wir wenig genug wünschen, können Traum wirklich sein. Dein Leben ist ein Traum. 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 Dein Leben ist ein Traum.